Die Sonne scheint, das Frühjahr ist schon greifbar nah und es gibt ein paar Arbeiten im Garten zu tun. Hi, ich bin Art vom Kanal Bodenständig. Wie ihr seht, die Sonne scheint hier irgendwo, da kribbelt es einen in den Fingern, man muss raus. Und ich fange jetzt an mit ein paar Frühjahrsarbeiten, Putzarbeiten weiterhin. Und zwar habe ich jetzt hier zum Beispiel ums Gemüsebeet, da war ja mal dieser kleine Staketenzaun, der war total morsch, den habe ich jetzt mal entfernt oder bin gerade dabei. Da soll dann auch bald ein neuer hin. Ich habe eine Hortensie eingepflanzt, weil der Porzellantopf im Winter zersprungen ist, jetzt nach einigen Jahren, hat er das nicht mehr mitgemacht. Die habe ich eingepflanzt, ja mal gucken, was wir jetzt noch so machen können. Zu der Hortensie wollte ich noch kurz erwähnt haben, normalerweise ist jetzt noch nicht der perfekte Zeitpunkt, um die einzupflanzen. Wenn die im Topf steht, das ist erst der März, aber wie gesagt, der Topf war zersprungen, die Wurzeln lagen nackt. Und ich dachte, wenn jetzt nochmal ein Frost kommen sollte, dann nimmt die vielleicht eher Schaden, deswegen habe ich die einfach schon mal reingesetzt. Und ich kann mir schon genau vorstellen, wie hier dann die Ecke im Gewächshaus oder vorm Gewächshaus im Sommer dann schön blüht. Und mit dem Zaun, das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, der hat ja circa 13 Jahre gestanden. Aber jetzt ist er so gut wie durch. An vielen Stellen ist er unten schon so weit zurückgegangen, dass die halt hier rauskommen aus dem Draht, aus dem Draht, der am Boden steht. Und mittlerweile ist das richtig cool. Der kleine Mann ist immer mit dabei, hilft schon fleißig mit. Da macht die Arbeit doch direkt doppelt Spaß. So, im Winter ist auch das Vogelhäuschen runtergefallen. Muss ich auch einmal wieder aufhängen. So, haben wir das auch schon wieder. So, als nächstes sind wir hier an der Anzuchtstation. Chilis, Paprikas, Physalis und so weiter. Hier hinten auch Zitronengras. Wachsen schon alle richtig gut. Und auch die ersten Salate stehen hier. Und für die ist es leider ein bisschen zu warm hier. Das seht ihr. Die wachsen schön. Also schön kompakt. Aber trotzdem fühlen die sich draußen wohler. Deswegen kommen die jetzt raus ins Gewächshaus. Da habe ich auch schon angefangen die Anzuchtstation aufzubauen. Das nehmen wir mal direkt mit. Hier keimt auch der erste Kohl und Porree. Und sobald der Porree gekeimt ist, kommt das dann auch nach draußen ins Gewächshaus. Weil diese Kulturen, Salate, Kohle, Zwiebelgewächse können halt schon niedrigere Temperaturen ab. Hier im Gewächshaus habe ich wieder meinen Anzuchtisch aufgebaut. Einfach eine alte Küchenplatte auf zwei Böcke gestellt. Und da kommen dann jetzt die ganzen Anzuchten drauf. Jetzt befülle ich die ersten Töpfchen mit Erde. Da benutze ich das Chili-Basissubstrat. Das ist richtig gut. Und übrigens gibt es die Erden, die verschiedenen Anzuchterden und für spätere Kulturen auch jetzt in meinem Online-Shop. Damit gehe ich dann nachher ins Haus und pikiere die ersten Chilis. Ist schon soweit. Die ersten Chilis und Paprikas müssen vereinzelt werden aus diesen Anzuchtschalen, wo ich immer mehrere Samen reingebe. Und genau, als nächstes befülle ich auch noch was anderes. Und zwar hier diese tiefe Anzuchtplatte. Denn da kommen Gemüsezwiebeln rein. Die sähe ich nachher im Gewächshaus aus. Die haben auch relativ viel Platz pro Loch und eine ziemliche Tiefe. Und genau, die pflanze ich dann später in den Gemüsegarten. Das ist die Sorte Exhibition. Gibt es auch übrigens in meinem Shop. Das ist eine richtig coole Sache. Das sind richtig dicke Gemüsezwiebeln. Und dann mit der Anzug fange ich jetzt früh an, direkt im Gewächshaus. Die keimen dann zwar ein bisschen länger, aber im Haus wird es halt schon wieder eng mit den Chilis, die ich jetzt nachher auch pikiere. Und ein Trick, den ich jetzt immer wieder anwende, ist, dass wenn man die Platten befüllt, ist, dass man die dann einmal jedes Loch ein bisschen andrückt. Weil sonst sind die Jungpflanzen, wenn man die hier rausbekommen will, viel zu lose. Der Ballen zerfällt direkt. Und so drücke ich dann einmal an. Und das, was dann wieder an Platz da ist, fülle ich dann nochmal auf. Und da kommt dann das Saatgutkorn rein. Das ist eigentlich ein echt guter Trick. Und so sind die Ballen dann einfach viel stabiler. Und das kommt, wie gesagt, jetzt auch direkt ins Gewächshaus. Hier habe ich jetzt einmal die Chili-Pflanzen. Hier sind zum Beispiel nur drei aufgegangen, weil die Aussaat Erde, die ich benutzt habe, war echt beschissen. Die war vom letzten Jahr eine ganz, ganz günstige. Und hier die sehen auch nicht viel besser aus, sind ziemlich blass um die Ohren. Deswegen topfe ich die jetzt um in die gute Erde, pikiere die, dann hat jede Pflanze wieder mehr Platz. Und das ist ganz einfach. Wie immer dasselbe. Ich hole mir hier die Pflanzen raus. Beziehungsweise kann ich auch einzeln rausholen. Hier sieht man das Wurzelwachstum. Jetzt breche ich mir hier eine Pflanze raus. Der Rest kommt erstmal eben zur Seite. Dann nehme ich mir den Topf, setze die Pflanze ein bisschen tiefer rein, als sie vorher war. Heißt, mit Erde noch auffüllen. Und dann natürlich noch die Beschriftung dran. Das ist die Rokotto gelbe Riesen Chili. Und schon fertig. Die kommen jetzt gleich wieder mit ins Haus, in meine Anzugstation. Und gleich sähe ich noch kurz was im Hochbeet aus. Im Freiland kann man jetzt natürlich auch schon einiges aussäen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Rucola als Powersaat. Da ist so eine Hülle drum, die die Keimung stärkt. Und ich wollte eigentlich Spinat säen, aber habe ich jetzt gerade irgendwie auf Anhieb nicht gefunden. Deswegen Rucola. Hier neben steht der Feldsalat. Der entwickelt sich echt gut. Ich ziehe jetzt einfach ein bisschen Unkraut hier raus. Postelein. Gehe hier einmal durch. Lockere das Ganze ein bisschen auf. Das ist echt unglaublich, wie viele Würmer hier drin sind. Jetzt ziehe ich einfach mehrere rein. Das kann im Hochbeet schon schön dicht sein. Und jetzt kommt das Saatgut rein. So, und dann die Reihen einfach wieder ein bisschen zu machen. Und ein kleines bisschen andrücken. Angießen braucht man nicht. Ist feucht genug. Es regnet und regnet und regnet. Deswegen beende ich das Video mal von drin. Ohne mich zu zeigen. Eigentlich wollte ich heute noch einiges machen, aber bei dem Wetter muss das nicht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020